Oh Gott! Oh Gott! Ich will ihn nur auf der Plattform landen. Ich warte, nicht schießen! Leute, habt ihr noch genug Sprit drin überhaupt? Ich hab da noch über 200 drin, ja. Sehr gut. Nasty, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Gretl, hallo! Oh Gott, Nasty! Nasty, flieg erst mal weg! Oh, Nasty! Oh, Nasty! Oh, 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 oh! Guck, jetzt hier alle da stehen! Der hat aber auch ein bisschen geschießen, yes! Sag mal! Und Gretl ist vorne so voll englisch, guck nach uns! Mit der Kettensieger! Warte, was macht ihr denn? Ich bin auch so schon nervös! Nasty, du bist immer noch viel zu schnell eigentlich! Nasty! Nasty! Nasty, Nasty, landen, ey! Nasty! Nein, 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 nein! Das machen möchte ich nicht! Kann wie jemand, der gut fliegen kann! Ich schaffe es einfach! Ja, ich hätte launchen! Ich! Ja, lass Gretl fliegen! Oh, das pferd, Achtung! Ohohohohoho! Ist das hinter die Fels? Das ist das sehr fein! Ähm, Blackpusser! 1, 2, 3, 3, 3! Oh Nasty! Oh Nasty! Er hat einen kurzen Shot! Also ich muss echt sagen, das war insane. Also jetzt ist halt die Sache, wer kauft den nächsten Heli? Kredl will fliegen. Ich wollte gerade sagen, ich hole so ein schnelles Grab. Mit X. Meistens, ja. So, wer will mit Kredl mitfliegen? Kredl, ich flieg mit, ich flieg mit. Theoretisch kannst du dir dann gleich merken, dass du halt ganz lange auf W drückst, dass du erstmal richtig fett hoch fliegst. Und falls er nach rechts ausbricht, so wie wir gerade stehen, musst du natürlich minimalst nach links mit der Maus, so ganz sanft nach links. Und am besten halt... Also gerade so genug fürs Abheben. Und jetzt will er halt so richtig durchpressen, dass wir ganz hoch fliegen. Dass du nirgends wo unten hängen bleibst. Du musst richtig... Kredl, das ist doch super. Problemlos, Crackle. Ich drück mal Leertaste. Kredl, du musst mal sagen. Ja, ich lotse dich ein bisschen nach links. Bisschen mehr, bisschen mehr. Am besten richtig drehen. Oh, Vorsicht, die Bäume sind sehr nah. Ja, passt. Ja, jetzt sind wir fast richtig. Einfach jetzt geradeaus. Siehst du das leuchten? Du müsstest gleich die Butze sehen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, wir sind etwas aktiv. Bisschen weiter links dann gleich noch ausrichten. Da ist die Basis, gehen wir genau davon. Kannst du ein Signalfeuer machen? Wir sehen's, wir sehen's, wir sehen ein Signalfeuer. Ja, ihr könnt einfach die Strahler benutzen. Ja, was denkst du, mach ich hier gerade. Ach so, okay. Ich versuch auf eurer Plattform zu landen, oder? Ja, genau, versuch da zu landen. Das. Ich darf definitiv nicht schnell runterkommen. Ja, sonst rutscht man halt so drüber. Aber du hast ja vorhin schon gesehen, Crackle. Du hast das schon voll drauf. Und, schon kaputt. Nee, nee, alles gut. Noch nicht, noch nicht. No, noch nicht. Ich mein, nein. Es ist vor allem gut, dass ihr diese Suchscheinwerfer habt. Ja, die sind super. Betonung liegt auf NOCH. Ja, die sind halt leider so ein bisschen, äh... Arc zielgerichtet. Genau. Ich bin dann jetzt weg. Damit kann man halt nicht gut auswischen. Ich wünschte auch, was. Yo, Lukas, dann hau rein. Oh, das wird jetzt schwierig, vielleicht. Ja, vor allem, weil jetzt das böde Licht aus ist hier. Ich seh's dann, das ist recht, oder? Zieh mal genau an die Kante da vorne, genau, mit dem Signwerfer. Oh, 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 oh. Oh, oh, ich sag mal aus. Oh. Also, klar. Ja, aber, aber ich bin mir sicher, bei Tag hätte Gretel easy gelandet. Jan, ich hab was für dich. Shit. Hast du noch ein Handy für mich? Ah, können wir jetzt labern? Ich glaub, ich glaub, dann müssen wir, dann müssen wir kurz zum... Das Auto ist hier. Leute. Das ist doch ein Feuerwerkrad. Hast du das Feuer gekauft? Ja, schon Feuer. Ich sehe es nicht. Habibi. Ach, warte, das ist dein, Sanse. Ja. Ja, das hast du gezündet, mit dem Sender. Hä, ich hab das gemacht, eben. Ja, als du auf den Link geklickt hast, Jan. Geil. Den Link? Danke für den Porno-Link. Hey, ich hab's gemacht. Hallo, crack, crack. Hä, Lukas hat noch meinen Transmitter, meinen... Lukas, klingelt gerade eine Hose, oder was? Ja, aber warte, Lukas ist doch gar nicht mehr hier. Lukas, hörst du das? Ach, das ist... Das ist mein Customer. Ja, leider. Okay, pass auf. Da sind ja schon 2000 Fuel drin. Also, ich fliege jetzt zu Saikosa in die Butze, oder was, oder lande ich erst draußen und nimm Crabble mit, oder jemanden? Ja, keine Ahnung. Nimm mal am besten Sanse mit, der kann dann bei mir noch Musik spielen. Ich hab Angst, ich hab schon Angst. Soll ich jetzt jemanden mitnehmen, oder nicht? Nimm mal Sanse mit, wenn du da bist. Ich weiß halt nicht, wo Sanse ist. Wer ist denn da unter mir? Ich sehe da einen rumhüpfen. Ja, das bin ich. Ja, du kannst hier unten landen. Na, ich sehe, dann nehme ich dich mit, oder? Oh mein Gott, bitte mach keine J-H-Trumbe. Das ist so ultra vorsichtig, wie so eine alte Frau. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So ultra vorsichtig, wie eine alte Frau. Bisschen vor, bisschen vor. Okay. Entschuldigung, ich finde alte Frauen vielleicht sehr vorsichtig bei mir fliegen. Ja, die kommen besonders langsam runter, genau. Ja, du musst ein bisschen weiter fahren. Okay, jetzt landest du halt bei der Schräge. Aber egal. Ja, warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, schön sanft ausrollen lassen. Genau. Oh, 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 oh. Stabil. Gut gemacht. Okay, gut, dann. Oh, nicht nach hinten. Let's go. Nessi, welche Richtung ist? Doch mal die Putze hier, ne? Die Richtung. Geradeaus. Geradeaus. Einfach geradeaus. Nein, wir müssen jetzt nach rechts ein bisschen. Ist es bis jetzt so weit? Ja, ich habe mir es markiert, dann sehe ich die richtige Markierung. Alles gut. I'm just a little bit scared, you know? Und ich erst. Stimmt, du hockst ja vorne drin. Er kann da vorne gar nichts machen. Du kannst ja wenigstens so reagieren. Doch, ich kann Leertaste drücken. Aber das ist natürlich nicht erlaubt, das ist klar. Ja, doch. Hier vorne sind keine Bäume, oder? Die spawnen. Grendel, du musst sitzen bleiben. Oh mein Gott, das sieht halt echt aus, als ob hier die Bäume nicht gespawnt sind. Kurz Panik bekommen? Äh. Wann sind wir da? Gleich. Ach, die Basis ist eben erst gespawnt. Oh, wir kommen von der falschen Seite, egal. Ja, ich drehe ja gleich, ich drehe ja vorne gleich. Kann schon eigentlich abbremsen. Ja, wir sind direkt rüber, jetzt nach links. So, warte, warte. Und. Ich, ich muss, ich, ich will ein Stück, äh, ah ja, jetzt seh ich's, jetzt seh ich, jetzt seh ich's. Oh Gott. Wer hat denn da unten ein Schlagzeug aufgebaut? Ja, ey. Saikusa macht Konzert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Warte, ich kill kurz Saikusa. Okay. Oh, er holt was raus, Saikusa, nein, nein, nein. Hey, chill, chill. Oh, schütt. Saikusa. Uuuuuh. Ihr seid zu niedrig, glaub ich, oder? Sind wir zu niedrig, Nasty? Nein, 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 es geht, es geht, es geht, du musst nur grad raus heute. Jo. Warte, ich snipe sie weg. Ey. Nein, nein, du snipe sie jetzt bitte nicht weg, sag ich, ja? Okay, Nasty, und jetzt? Kommen wir sanft runter. Elegant. Oh. Elegant. Oh mein, oh, aber knapp. Elegant wäre ein lila Elefant. Komm mal runter, ich hab was für dich. Ich lass mich einfach fallen. Also zu deinem, naja. Ach Gott, Saik. Alter, Alter, was ist, bin ich jetzt in einer Band oder was? Ja, mit den beiden Sachen, die hier noch stehen. Okay. Nasty, hau in deine und... Also, deswegen sag ich jetzt... Und los. Ja. Lösche. Ja, das sieht's. Sehr gut, sehr gut.